Wenn es um Innovation geht, ist die Firma Marzig ihr erster Ansprechpartner. Ein Beispiel ist die österreichische Erfindung EcoTurbino, die hilft eklatant Wasser zu sparen. Hier der Wasserverbrauch im Vergleich. Bei gleichem Wasserdruck erspart man sich mit diesem kleinen Zwischenstück über ein Drittel Wasser ohne Komfortverlust. Das Wasser wird mit Luft gemischt, bei gleichem Druck fließt weniger Wasser durch die Duschanlage. Zusätzlich reinigt EcoTurbino auch noch Brauseschlauch und Brausekopf. Hier im Beispiel erspart sich ein Zwei-Personen-Haushalt bei einmal Duschen pro Tag ca. 120 Euro im Jahr. Das Gerät hat sich also schon nach einem halben Jahr amortisiert. Diese Investition ist auch für Hotelbetriebe äußerst interessant. Vernünftig denken, EcoTurbino schenken. Auch im Set mit Handbrause erhältlich. Lass dich beraten. Vernunft hat einen Namen. 1A-Installateur Marzig Weidhofen an der Ips. 1A-Installateur Marzig Weidhofen an der Ips.